So! Folge 8 von Doom the Way. Quatsch! Wo bin ich jetzt? Da bin ich hin. SimCity, Becropolis, whatever. Also, ja. SimCity-Port. Ich nenn' SimCity. So, ok. Ok. So, noch 400 Dollar, dann können wir endlich mal den Bastarden hier, diesen scheiß Fick-Afen kaufen. Ich hoffe, der wird ja doch ein bisschen glücklicher. Oh, mittlerweile hier denken wer, ich mach nen guten Job. Das ist nice. Fast zwei Drittel der Welt denkt, äh, der Stadt denkt, ich tauge zu etwas. Das ist aber nett. Quai. Quai ist hier komplett safe? Quai moderat. Na gut, hinten versuche ich Quai wieder komplett, äh, hä? Quai ist hinten safe? Why? Loll. Guck, gefällt mir. Ah, hier ist Quai natürlich Dangerous, klar. Fabriken, da wird oft geklaut, ne, kennt man ja. Schnell mal 200 Schrauben ins Auto eingeschraubt und eine Schraube in die Tasche gesteckt. Man sollte ja Reserve haben. Traffic, ja. Traffic kann mir mal am Arsch lecken, hier. Hier, jetzt mal an die Pendelbahn hier, hä? Findet euch mal ein Beispiel da an. Okay. Oh. Oh, boomt das wieder? Nein, boomt nicht. Aber... Alright. Crime moderat. Äh, Frequent Perfect Jam reported, ja, sehr gut. Äh, wir haben wieder... Oh! Ja, wohl! Ha, wir können! Ha, können wir's! Yay! Stadion erfolgreich gebaut. Jetzt können wir uns wieder erfolgreich und Unkosten stürzen. Density low. Okay. Crime ist hier auch safe. Middle class. Dann müsste das jetzt hier mittlerweile... Ach, einfach middle class. Ja, immerhin middle class. Ich mein, es gibt auch noch schlimmer sein, ne? Okay. Oh, hier baut sich mittlerweile auch ein bisschen aus. Density very high. Sehr schön. Density very high. Sehr schön. Crime dangerous. Oh-oh. Da sollte ich jetzt vielleicht mal doch ein Bixer-Mustellen bauen. Und dann geht die Crime hoffentlich auch gleich wieder runter. Crime dangerous. Ah, mag ich nicht. Mag ich gar nicht. Ja, auch dangerous. Aha. Ich kann doch gar nicht sein hier, ey. Kann doch gar nicht sein hier, ey. Ah, scheiße. Na gut. Äh, erst mal würde ich sagen, ich fang mal an, hier unten wieder ein bisschen... Scheiße. ... das Strafennetz auszubauen. Why not? Hä? Quatsch. Nein, nein, gar nicht. Road. Ach so, ja, ha. Ah, äh... Das kann... Das war sowieso falsch. Warum war das denn da? Ach so, weil ich da einfach durchgezogen habe. Äh, das ist natürlich falsch. Genauso wie hier natürlich auch falsch ist. Also zumindest da war falsch. Da war jetzt nicht unbedingt falsch, aber es war letztendlich auch falsch, weil hier soll dann ja später, ähm... Road. Der Park sein wieder. Hihihihi. 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 Ne? Das kommt ja so, und dann kann das hier nämlich wieder weg. Wieso ist da kein Netz? Wire. Oh. Digga, wir haben wo da vor? Oh. 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 Oh Gott, was habe ich getan? Road. Hihihihi. Boing. Boing. Hihihi. Ihhihi. 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 Wuld dec... Ah, kann ich denn so? Ich war verpackt hier eigentlich keine. Ich bin wirklich gerade behindert oder so? Dann ist alles wieder weg. Ach, Gott dammit. Was? Prüff ich noch? Ich bin noch gerade dabei auszubauen. Nein. Bulldozer. Wire. Ach, ich weir jetzt auch jetzt mal ein hier. Oh, 150 Dollar? Bulldozer. Wire. Oh, sorry, tut mir leid. Park. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Und Pleiter. Ah, nee, doch nicht. Ah, ah. Gefällt mir. So, okay. Road. Straße, Krölk, Funkhof, Rosentine. Boing. Ah, ist ja gut. 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 Schon wieder Pleite? Aber leg mich doch. Gut, mittlerweile... Ah, hier ist immer noch so ausführungslang. Nein. Query. Ah, lower class. Trotzdem schön parken in der Mitte? Wollt ihr mich ficken? Könnt ihr nicht ernst meinen? Arsch wieder. Ja. Hm. 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 Und viel mehr wird's hier auch nicht. Vielleicht sollte ich hier doch Häuser hinbauen und hier keine Stadt, äh, keine Straße hinbauen. Oder ich mach da Parken komplett. Das kann natürlich auch sein. Ja genau, dann mach ich da komplett Parken. Das ist ne gute Idee. Wieci Linzl. Parag. Whoa, whoa. Bo 그래, kann du schauen, wo kannst du nie probieren. Es gab nicht das Loch. 頒f... N 沒有! Oh, Er pajamas noch? Mit der Leitungen primat 터ściz seis. Ähm... Was costs... Nein. Nein. Fuck you. Was? Ist das doch 100 Dollar? Ich hab doch noch 100 Dollar. Ich hab noch drei. Hold this room. Was steht jetzt gerade nicht wirklich? Wollt es vorher noch geplantet werden, muss ich mit diesen Dingen, oder was? Bin jetzt gerade ein bisschen mehr vertragt. Muss ich mal ganz kurz denn beobachten. Hat sich jetzt gleich eine Kirsche angesiedelt, da klar. Ich will der Hochhäuter stehen haben und keine Kirsche. 12. Also wären wir jetzt 3. Ja tatsächlich, es wurden uns 106 abgezogen. Heißt also, es muss hier vorher auch... Dieses Feuer planten wird uns dann natürlich auch in Rechnung gestellt. Na, das war natürlich typisch. Das war typisch. Bulldozer. Wire. Park. Ja. Bulldozer. Packe ich denn hier unten nochmal? Einmal Industrie und einmal Commercial hin? Oder mache ich hier auch Residential? Wir haben jetzt ungefähr ein Verhältnis von... Wir haben hier von 6 und hier von 6. Also jeweils 1 zu 2. 1 zu 3. 1 zu 3. 1 zu 3. 1 zu 3. Wir haben hier... normalen Kommunikation mitgekommen in das Workshop und... Die App!? fill in zitieren! Regel nicht wie dricemischer im hearden und bes Russell. Industrial Commercial Rail Boulders Wire Oh, oh, oh Oha Was hab ich denn da schon drüber geschaut? Alter, ich will sterben Oh, oh, oh Boulders Und Leiter Sorry, 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 sorry Das gibt's doch gar nicht, das ist so traurig Das ist so traurig, das ist so traurig Einfach noch Streckennetz, also Schienennetz muss ich noch ausbauen Damit ja auch mal hei Also hier Stellverbindungen entstehen Die Straßen müssen noch ausgelastet werden, weil Die Straße ist ja hier nur wirklich echt ein bisschen, naja Aber gut, das alles sehen wir dann in der nächsten Folge Muss ich mal sagen SchauneV